Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Sei brav oder wir fahren wieder nach Hause! Wir sind auf der Autobahn, dreh ruhig um, wenn du Eier hast! Bin mir oft nicht sicher, was ich auf der Arbeit überhaupt mache, bis einer ruft, welcher Idiot war das? Es wird noch Lichtjahre dauern, bis jemand in Physik so gut ist wie ich. Beim Golf ist es das Ziel, so wenig wie möglich Golf zu spielen. Genauso wie beim Dart, da ist es auch das Ziel, so wenig wie möglich Golf zu spielen. Früher waren wir noch jung und süß. Jetzt sind wir nur noch und. In ihrem Lebenslauf steht, dass sie Erfinder sind. Was haben sie denn so erfunden? Na, zum Beispiel diesen Lebenslauf! Wir melden uns. Gerade ist mir der Gummi gerissen, weil der Schwanz zu dick war. Dann eben offene Haare. Wenn du in einer Vorlesung sitzt und deine Finger immer noch nach ihr riechen. Mandarinen, ihr kennt das. Wenn überall auf der Welt alle Kräne umfallen würden, wer stellt dir da wieder auf? Mein Arzt riecht mir immer zu Bodybuilding, damit mein Körper wieder zu meinem Glied passt. Glätte misst man übrigens in Huchprometer. Laut einer Studie gibt es in jeder Klasse einen potenziellen Attentäter. Hab sie vorsichtshalber alle erschossen. Du kannst keine Juden hassen, wenn es keine gibt. Adolf Hitler. Es steht in Klammern dabei. Mit schwarzem Humor. Der Spritpreis ist mir egal. Ich tanke eh immer nur für 40 Euro. Kevin, 21, ist uns maßlos überlegen. Hast du eine feste Freundin? Baby, ich habe noch nicht mal festen Stuhlgang. Wenn ihr Männer total betrunken seid, bekommt ihr keinen mehr richtig hoch. Warum? Keine Ahnung. Eingebaute Kindersicherung? Mein Kabelverleger montiert mir gerade Schalter und Steckdosen. Manchmal schalte ich ihm den Strom ein und er zittert ganz lustig. Ich nenne ihn den Epileptiker. Weißt du, was ich mir nicht vorstellen kann? Was denn? Weiß nicht, ich kann es mir ja nicht vorstellen. Optimist, das Glas ist halb voll. Pessimist, das Glas ist halb leer. Meine Mutter, wo ist der Untersetzer? Ich war mal in der Band, die Brausetabletten. Aber wir haben uns aufgelöst. Hast du schon wieder onaniert? Nein, Schatz, ich habe ihn nur gereinigt und dann muss er irgendwie losgegangen sein. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.